Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt I-Effekt und M-Effekt. An Vorkenntnissen solltet ihr die organische Chemie bis Verästerung und Verseifung gut beherrschen. Im Video möchte ich euch die Möglichkeiten und Grenzen der Benutzung des Konzepts beider Effekte aufzeigen. Der Film besteht aus neun Abschnitten. 1. Wozu-Effekte 2. Effekthascherei 3. Der I-Effekt 4. Beispiele für den I-Effekt 5. Der M-Effekt 6. Beispiele für den M-Effekt 7. Zusammenhang zwischen beiden Effekten 8. Grenzen des Konzepts 9. Zusammenfassung 1. Wozu-Effekte Obwohl es manchmal nicht so scheint, lebt die Chemie, besonders die organische, von der Beobachtung. Und jedes Mal stellt man sich die Frage, wie lässt sich die Beobachtung erklären? Und wie es sich zu einer ordentlichen Wissenschaft gehört, möchte man für jede chemische Reaktion eine Erklärung bekommen. Um die Erklärung zu verstehen, sollte diese einfach, klar und verständlich sein. In der theoretischen Chemie gibt es ein Verfahren, das ich als Mercedes-Benz der theoretischen Chemie bezeichnen möchte. Was ist die Schrödinger Gleichung und ihre Anwendung? Eine hervorragende Gleichung, die für sämtliche chemischen Prozesse prinzipiell eine Erklärung liefern kann. Und diese sogar quantitativ. Um jedoch qualitativ gute Ergebnisse zu erzielen, benötigt... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext. Vielen Dank.